So, dann herzlich willkommen zum RSB-Tutorium, heute beim Aufgabenblatt 8 mittlerweile. Und ja, von den Aufgaben, wir haben so zwei relativ typische Aufgabenstile heute, die sich da auch so ein bisschen überschneiden und wiederholen. Wenn wir uns, ja, im Endeffekt, also ich gehe jetzt heute mal nicht ganz so durch die Aufgaben einzeln durch, sondern ich versuche eher so ein bisschen übergreifend mit dem, was dahinter steckt, durchzugehen. Auch wenn wir uns so ein bisschen an 8.1 gleich orientieren werden. Was wir auf dem Aufgabenblatt sehen, unter anderem in 8.1 und in 8.3, ist ein ganz typischer Stil. Wir haben quasi eine Aufgabenstellung. Und das ist eine textuelle Beschreibung, die uns die Information gibt, welche Signale kommen irgendwo rein und was kommt an Signal raus. Und wir sollen daraus dann versuchen, eine möglichst minimale Schaltung zu bauen. Und um diese minimale Schaltung zu bauen, geht man dann mehrere Schritte durch. Das eine ist, dass man versucht, eine Funktionstabelle aus der Aufgabenstellung herauszuextrahieren, diese Funktionstabelle dann in KV-Diagramme überträgt und mithilfe der KV-Diagramme eine Minimierung macht. Wenn man dann eine Minimierung gemacht hat, kann man daraus dann wiederum eine Schaltung sich bauen. Das ist in verschiedenen Formen in 8.1 und in 8.3 drin. Und deswegen würde ich sagen, wir gucken uns als erstes einmal an, wie wir von einer Aufgabe wie 8.1 auf eine Funktionstabelle kommen. Ist euch klar, was Funktionstabelle heißt? Fangen wir vielleicht damit erstmal an. Wie sieht eine Funktionstabelle aus? Also eine Funktionstabelle, die bildet für uns quasi ab, was haben wir an Eingängen, wie sind diese Eingänge belegt? Und unter dieser genau gegebenen Belegung, was ist dann der dazugehörige Ausgang? Wenn wir zum Beispiel vier Eingänge haben, sei es dann x3, x2, x1, x0, dann würden wir uns alle möglichen Belegungen dieser Variablen angucken und schauen, was das für einen Ausgang bedeutet. Theoretisch kann es auch sein, dass man mehrere Ausgänge betrachtet. In den meisten dieser Aufgaben, die ihr im RSB-Kontext habt, geht es dann um einen Ausgang. Manchmal steht auch ganz explizit, wie das heißt. Für Aufgabe 8.1 steht da jetzt irgendwie nichts. Also in 8.3 zum Beispiel wird halt gesagt, der Ausgang y, dann wäre halt y das, was wir als Wert annehmen, also als Ausgang sehen würden. Das heißt, die Spaltenköpfe meiner Funktionstabelle wären dann zum Beispiel sowas wie x3, x2, x1, x0, abhängig davon natürlich, was für Eingänge ich habe, wie diese Eingänge benannt sind und wie mein Ausgang benannt ist. Da ich mir gleich gerne mit euch aus der 7-Segment-Anzeige das Segment A anschauen würde, würde ich sagen, wir nennen unseren Ausgang einfach mal A. Mal gucken. Genau, C und G sollt ihr machen. Dann würden wir uns gleich A angucken. So, und wenn man jetzt sagt, alle Variablenbelegungen durchgehen, dann heißt das, wir fangen an. Dass man einmal alles 0 hätte. Wenn ihr irgendwas nicht lesen könnt, dann schreibt bitte auch rein. Ich bin heute ein bisschen langsamer hier im Schreiben. So, also wir würden uns dann quasi angucken, alle Variablenbelegungen 0, was würde das für unseren Ausgang bedeuten und würden dann da entsprechend den Wert eintragen. Dann würden wir uns angucken, Variablenbelegungen 0, 0, 0, 1. Würden quasi hochzählen. 0, 0, 1, 0 wäre dann das nächste. Bis wir dann am Ende bei der Variablenbelegung für alles 1 angekommen sind. So, ich würde jetzt einmal schnell runterzuschreiben. Wie gesagt, sorry, dass das so ein bisschen hässlich aussieht gerade. Ich habe mir tatsächlich heute geschafft, meine Maus zu vergessen. Ich mache das gerade mit dem Touchpad. Passiert mir auch nicht so schnell wieder. Während ich das hier noch auffülle, könnt ihr ja schon mal überlegen, 7-Segment-Anzeige. Also wenn ihr das Aufgabenblatt gerade nicht vor Augen habt, dann versucht es euch einmal vor Augen zu holen. Und eine 7-Segment-Anzeige heißt ja, dass wir verschiedene Segmente haben, die entsprechend unterschiedlich aufleuchten. Je nachdem, was für eine Zahl dargestellt werden soll. Heutzutage sieht man sie nicht mehr ganz so häufig. Früher ganz viel irgendwie halt auf Weckern. Aber es gibt weiterhin natürlich auch für irgendwelche elektronischen Geräte genau solche Anzeigen. Wenn ihr in den Aufgabentext guckt, dann seht ihr, dass dort etwas dazu steht, also von 8-1, dass da etwas dazu steht, wie wir mit den Ziffern von 0 bis 9 umgehen. Und zwar wird da ja gesagt, wir kodieren die Ziffern 0 bis 9 im 4-Bit-Dualcode als 0-0-0-0 bis 1-0-0-1. Außerdem soll bei Eingabe 1-1-1 mit der Buchstabe E ausgegeben werden. Das heißt, wir werden auf jeden Fall Fälle haben, die wir hier durchziehen können. Also 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sind die Ziffern, die damit dargestellt werden sollen. Und dann gibt es hier irgendwie ein paar Fälle, die irgendwie nicht abgedeckt sind. Und, also zumindest in der Beschreibung, und dann gibt es noch einmal den Fall alles 1 in den Eingängen. Und das soll dann ein E sein. Ihr macht bitte eine vollständige Tabelle zu Hause. Ich spare mir das gerade hier aus dem Platz, das dazwischen, weil das können wir gleich relativ kurz abhaken. So, die 7-Segment-Anzeige. Sieht ja so aus. Und das Segment A ist das hier oben, das oben drauf. Das ist das, was wir uns gleich angucken würden. Und die Fragestellung ist dann ja immer dann, wenn das Segment leuchtet, dann würden wir bei unserem Ausgang eine 1 hinschreiben. Wenn das Segment nicht leuchtet, dann würden wir eine 0 hinschreiben. Heißt also, was müssen wir als erstes wissen? Als erstes müssen wir wissen, ja, wie leuchten eigentlich die Ziffern bei einer 7-Segment-Anzeige? Wer es nicht parat hat, kann das sonst gegebenenfalls dann ja auch noch mal für die Hausaufgaben nachschlagen. Aber grundsätzlich, es fängt ja damit an, wenn wir uns eine 0 anschauen würden, würde das innere Segment nicht leuchten, aber alle außenrum. Heißt also, für das Segment, was wir uns angucken, Segment A, es würde leuchten. Damit würde ich eine 1 in den Ausgang eintragen. Okay. Wie sieht das dann aus, wenn ich eine 1 habe in der 7-Segment-Anzeige? Eine 1 ist, glaube ich, einfach nur das hier. Zwei Striche auf der rechten Seite. Was muss ich jetzt bei meinem Ausgang eintragen? Meine 7-Segment-Anzeige stellt mir gerade eine 1 dar. Was bedeutet das für mein Segment A beim Ausgangswert? Das ist eine 0, genau. Weil, ist nicht an. Brauchen wir dafür nicht. Gucken wir uns noch mal, was wäre das nächste? Das nächste wäre die 2. Das müsste ungefähr das hier sein. Was würde das wieder bedeuten für unseren Ausgang? Was bedeutet das jetzt für mein Segment A bei der 2? Das ist eine 1. Richtig. Genau, so geht ihr dann alle Zahlen durch. Bei der 3 dürfte das mit leuchten. Bei der 4 sollte es nicht leuchten. Die 5 müsste wieder leuchten. Die 6, meine ich, müsste leuchten. Die 7, die 8 und die 9. Und dann haben wir noch dieses E. Wahrscheinlich ist das für Error gedacht. Auch da würde natürlich dann oben das Segment mit leuchten. Das heißt, wir hätten hier dann auch eine Funktionstabelle. Genau, also die Lücke, die ich hier, wo ich jetzt nichts geschrieben habe, da wären ja die jeweiligen Eingänge 0. Das dann bitte entsprechend auch auffüllen. Damit habe ich jedenfalls meine Funktionstabelle da zusammengeschrieben und weiß, abhängig von meinen Eingängen, wie mein Ausgang sich jetzt verhält. Und ganz kurzer Blick mal auf Aufgabe 8.3. In 8.3 habt ihr einen Motor. Ihr habt auf jeden Fall, oder habt ihr vier Motoren. Vier Motoren könnte vielleicht ja sein, dass die, die können ja unterschiedlich einzeln angesteuert sein. Also sind die entweder an oder aus. Und der Ausgang Y soll genau dann den Wert 1 annehmen, wenn dem Stromnetz durch die eingeschalteten Motoren eine Leistung größer 14 Kilowatt entnommen wird. Das heißt, für 8.3 müsst ihr auch quasi genauer den gleichen Start machen mit einer Funktionstabelle. Und ihr müsstet dann halt eben schauen, geht alle möglichen Varianten der Variablenbelegung durch und müsstet halt eben gucken, ob ihr über 14 Kilowatt damit kommt. Wie viel ein einzelner Motor braucht, ist in der Tabelle angegeben. Also insofern ähneln sich die Aufgaben da. So, jetzt haben wir eine Funktionstabelle. Wir haben sie jetzt von der 7-Segment-Anzeige. Wir hätten sie jetzt auch von der Motoransteuerung haben können. Wir hätten sie aber auch von irgendeiner anderen Aufgabe haben können. Und ich hatte ja schon gesagt, von der Funktionstabelle würden wir als nächstes in ein KV-Diagramm gehen. KV-Diagramme waren hoffentlich schon Thema der Vorlesung. Könnt ihr mir ganz kurz eine grobe Rückmeldung geben? Habt ihr das zumindest grob präsent? Ja, gut. Ich prüfe das mal lieber nochmal nach. Achso, KV-Diagramm. KV-Diagramm hängt ein bisschen davon ab, wie viele Variablen ich habe. Ich kann für drei oder für vier Variablen Belegungen das in der Regel nutzen. Ihr habt auf dem Aufgabenzettel da auch die Variablen-Anordnung als Hilfe mitbekommen. Wir haben ja jetzt vier Variablen, also brauchen wir vier Variablen. Das heißt, wir haben vier Zeilen und vier Spalten. Und tendenziell eben die Variablen-Belegung x3, x3, x3. Und x2 wird den Zeilen zugeordnet. Und x1, x0 dann den Spalten. Oder was auch immer dann die äquivalenten Eingänge sind. Und es geht immer darum, dass wir gucken, was ist dann mit dem jeweiligen Eingang. Die Zeilen- und Spaltenbeschriftung gibt uns dann den Hinweis darüber, welche Eingangsbelegung die Variablen dann haben. Das wird durchgezählt. Also wenn ich jetzt bei, aber ich fange da mal an, bei x3, x2, würde ich mir in der ersten Zeile anschauen, die Fälle, wo x3 und x2 beide den Wert 0 haben. Würde dann hier weiter gucken. In der zweiten Zeile würde ich mir angucken, wo x3 den Wert 0 hat und x2 den Wert 1. Dann für die Belegung 1,1 und am Ende für die Belegung 1,0. So, jetzt seht ihr, dass das nicht einfach nur binär hochgezählt wird, sondern, dass wir 0,0,0,1,1,1,1,0 quasi als Belegung in der Reihenfolge haben. Das ist Absicht so. Ihr erinnert euch vielleicht, dass wir, ich weiß nicht, ich glaube, letzte Woche war das. Wie bitte? Genau, da haben wir nämlich einen einschrittigen Code. Das hängt damit nämlich zusammen. Also dadurch, dass wir die Belegung so machen, dass sie in der Reihenfolge wie ein einschrittiger Code sind, funktioniert die Minimierung, die wir mit dem KV-Diagramm auch nachher machen können. Also das heißt, merkt euch, dass die Belegung, die wir ranschreiben ans KV-Diagramm, dass die wie ein einschrittiger Code dann da eben ist. Wie bitte? Das ist die Variante, wie man das an das KV-Diagramm setzt. Also nicht anders, sondern wirklich so 0,0,0,1,1,1,1,0. Aber solltet ihr halt eben euch überlegen, ach, wie war denn das noch? Wie muss ich das ranschreiben, die Belegung? Dann immer dran denken, einschrittiger, also nicht nur einschrittig, sondern zyklisch einschrittiger Code ist die Variablebelegung. Für den Fall, dass wir nur drei Variablen hätten, dann würden wir links bei den Zeilenbeschriftungen auch nur 0 und 1 nehmen und dann würde das X3 wegfallen. So, aber wir haben hier vier Eingangsbelegungen und aufgrund der Variablen, also der Eingangsbelegung der Variablen, haben wir jetzt den Hinweis für jedes dieser 16 Felder, zu welcher ganz detaillierten Belegung das Ganze gehört. Denn wenn ich jetzt die Zeilen und Spalten kombiniere und hier oben links mir das Feld angucke, dann habe ich dahinter die Variablenbelegung 0,0,0,0. Wird ein bisschen deutlicher vielleicht, wenn ich mir ein Feld weiter rechts angucke. Also, da hätte ich X3,0, X2,0, X1,0, aber X0 mit dem Wert 1, also 0,0,0,1, wenn man das so ein bisschen kurz fassen würde. Und das heißt, dass ich entsprechend in meiner Funktionstabelle, die ich als erstes aufgestellt habe, gucken kann, wie sind meine Variablenbelegungen und den Ausgangswert, den ich da eingetragen habe in der Funktionstabelle. Den dann hier rechts in mein KV-Diagramm eintrage. Gucken wir uns mal das erste Feld an, 0,0,0,0. Welchen Wert trage ich denn jetzt ein aus meiner Funktionstabelle? Was ist der dazugehörige Ausgangswert in der Funktionstabelle? Genau, das ist direkt die erste Zeile, das ist eine 1. Alle Variablen haben den Wert 0. Damit kommt hier eine 1. Wir würden uns das nächste angucken. 0,0,0,1. Hätte welchen Wert? x3,0, x2,0, x1,0 und x0,1 als Wert für die Eingangsbelegung. Welchen Ausgangswert habe ich dann? Wir können das wieder in der Funktionstabelle sehen. Genau, richtig. Also wir wären dann hier einfach in der zweiten Zeile. Hier eine 0, da eine 0, da eine 0, da eine 1. Und der Ausgang ist 0. Das heißt, ich würde eine 0 ins KV-Diagramm schreiben. Achtung, dadurch, dass ich einschrittig, zyklisch durchzähle, die Beschriftung des KV-Diagramms, darf ich nicht einfach nur die Ausgänge runterschreiben, sondern muss ein bisschen aufpassen mit der Reihenfolge. Weil jetzt, wenn ich gucken würde, also quasi der Wert 1, den hatte ich hier. Dann wäre das nächste 1,0. Das ist ja dann das Feld hier oben rechts, was dazu gehört. Da würde ich dann diese 1 hier eintragen können. Und dann das 1,1 wäre zwar auch eine 1, wäre aber dann die Zeile. Weil ich quasi beim Eintragen trage ich dann erst das ein, das ein. Dann wäre ich bei der Zeile. Und dann würde ich wieder zurückspringen, in dem Fall auf die dritte Zeile. So, und das muss ich quasi machen, bis ich alles in mein KV-Diagramm übertragen habe. Ich sehe in meiner Funktionstabelle, dass ich hier nochmal eine 0 habe als Ausgangswert. Wo muss ich die eintragen im KV-Diagramm? Wer kann mir das sagen? Welche Zeile, welche Spalte gehört diese 0 rein? Spalte 1, Zeile 2 ist der Vorschlag. Gucken wir uns das einmal an. X3 und X2. X3 0, X2 1. Das könnte hier sein. Und der Rest beides 0. Genau, das wäre genau hier. X3 hat den Wert 0, X2 hat den Wert 1, X1 hat den Wert 0, X0 hat den Wert 0. Das ist das Feld hier. Und genau hier gehört dann eben die 0 dazu. So, jetzt kann ich nicht überall einfach schon mal mit einer 1 einfüllen, weil ich habe ja hier vorhin so ein paar Fälle übersprungen. Fälle, die nicht definiert sind. Was man dann meistens macht und das wäre dann das, was jetzt eben genau hier in die Tabelle reingehören würde. Also beginnend mit 1, 0, 1, 0 wäre dann der erste Fall. Und dann eben bis 1, 1, 1, 0. Wie gesagt, auch noch die dazwischen. Die passen jetzt aber hier nicht mehr rein. Das sind ja die Fälle, die sind jetzt nicht definiert vom Aufgabentext. Also ich habe die Definition, was passiert hier mit den oberen. Das ist dann der Teil, der direkt zuortbar ist zu den Ziffern 0 bis 9. Und ich habe die Definition für alles 1. Das ist zu dem E zuortbar. Für die, wo es nicht zuortbar ist, würde ich im Ausgang ein Sternchen setzen. Sternchen heißt auch, don't care. Interessiert mich nicht, weiß ich nicht, wie auch immer, undefiniert. Je nachdem, wie ich das dann gerade beschreibe. Das heißt, alle Fälle, die nicht von der Aufgabenstellung, Aufgabenbeschreibung abgedeckt sind, da würde ich jetzt ein Sternchen setzen. Das brauche ich, weil ich ja irgendwie gucken muss, dass ich für alle Fälle einen Ausgangswert habe. Und dann auch damit mein KV-Diagramm komplett ausfüllen kann. Wenn ich das dann nämlich jetzt tun würde und alles übertrage, also meine anderen Einsen müssten diese hier sein. So, Moment, hier ist auch noch eine. Genau, das müssten alle Fälle sein, wo noch eine Eins zugehört. Und dann haben wir halt eben fünf Fälle über, die nicht definiert sind. Und da würden wir jetzt eben das Sternchen eintragen, damit unser KV-Diagramm da nicht leer bleibt. Das hilft uns auch, das werden wir gleich sehen. Aber erst mal das KV-Diagramm zu Ende. So, warte jetzt nochmal ganz kurz, ob noch irgendwelche Fragen sind zu dem Schritt von Funktionstabelle zum KV-Diagramm. Also wir haben unseren Aufgabentext analysiert, wir haben eine Funktionstabelle aufgestellt. Wir haben jetzt die Funktionswerte aus der Funktionstabelle in ein KV-Diagramm übertragen. Dann, hatte ich vorhin ja schon gesagt, wenn wir ein KV-Diagramm haben, können wir daraus eine Minimierung ableiten. Dann weiß einer oder kann mir einer sagen, was ich grob machen muss, um aus einem KV-Diagramm zu minimieren. Oder anders gesagt, in Richtung einer DNF zum Beispiel zu kommen. Was ist das, was wir tun? Was mache ich, wenn ich ein KV-Diagramm habe und ich will eine Minimierung für eine DNF machen? Ohne jetzt im Detail, sondern einfach nur, was muss ich denn da überhaupt machen? Ich muss irgendwas mit den Feldern machen, genau. Und ich muss da, du beschreibst es gerade als Weg, es wird beschrieben als, ich muss Schleifen bilden über die Felder. Wir sind bei der DNF, also bei der DNF würde ich die Schleifen so bilden, dass ich die Schleifen über Einsen bilde, also Felder mit Einsen. Ich darf in diesen Feldern auch Felder mit Sternchen drin haben. Mein Ziel ist es, dass am Ende ich durch eine oder mehrere Schleifen alle Einsen in einer oder mehreren Schleifen drin habe. Also eine Eins darf wiederverwendet werden, also ein Feld darf wiederverwendet werden. Wenn es in einer Schleife war, darf es gegebenenfalls auch nochmal in einer anderen wieder auftauchen. Und es müssen am Ende alle auf jeden Fall mindestens, also alle Einsen müssen in irgendeiner Schleife auf jeden Fall drin sein. Genau, welche Züge sind erlaubt? Das Ziel ist, möglichst große Schleifen zu bilden. Und dabei muss man beachten, dass diese Schleifen immer nur die Größe von Zweierpotenzen haben dürfen. Das heißt, ich darf Schleifen bilden, wo ein Feld drin ist. Ich darf Schleifen bilden, wo zwei aneinander liegende Felder drin sind. Ich darf Schleifen liegen, wo vier Felder drin sind. Vier Felder kann zum Beispiel aussehen, dass ich sowas mache. Also vier nebeneinander liegende in einer Zeile. Oder vier nebeneinander liegende oder übereinander liegende in einer Spalte. Aber ich kann auch vier im quasi Rechteck liegende nehmen. Also das wären dann ja quasi zwei und zwei. Das wäre auch möglich. Nächstgrößere wäre dann Zweierpotenzen. Statt vier wäre das nächstgrößere acht. Bei acht hat man dann meistens sowas wie ist nicht hübsch, aber gut, wie zwei Zeilen. Oder eben das Äquivalent mit zwei Spalten. Weil ich gerade, gibt es noch andere Fälle? Ne, acht sind glaube ich dann immer nur die. Heißt also, sechs Felder geht nicht. Weil es keine Zweierpotenz. Würde man manchmal gerne machen, würde man manchmal gerne wollen, geht aber nicht. Ich habe tatsächlich einen besonderen Viererfall noch, oder überhaupt einen besonderen Fall noch vergessen. Und zwar darf ich auch quasi links rausgehen und rechts wieder reinkommen. Oder oben rausgehen und unten wieder reinkommen mit einer Schleife. Dadurch, dass das einschrittig zyklisch ist, in der Beschriftung außenrum, ist das quasi zyklisch. Also, wenn ich jetzt mal einfach nur mal ein ganz kurzes Beispiel. Wenn ich jetzt sage, ich mache hier eine Zweierschleife, könnte sie unten rausgehen und würde oben reingehen. Das wäre eine erlaubte Schleife. Das ist eine Möglichkeit. Genau das gleiche darf ich auch mit links und rechts machen, oder ich darf es auch kombinieren. Wirkt jetzt erstmal ein bisschen kompliziert. Ich glaube, wenn man erstmal so die ersten Schleifen gebildet hat, dann wird es auch deutlich einfacher. Wie gesagt, merkt euch auf jeden Fall, dass es die Schleifengröße immer Zweierpotenzen auf jeden Fall sind. Die Schleifen, wie die zueinander liegen, gibt es keine Vorschrift. Wie gesagt, immer versuchen mit möglichst wenig Schleifen, aber dafür möglichst großen Schleifen, alle Felder, die reingehören, abdecken. Jetzt mache ich mal meine ganzen anderen Beispiele weg. und wie bitte? Ja, ein Einzelfeld ist auch zulässig. Genau, das macht man am Ende, wenn man eine Eins nirgendwo mit unterbringen kann. Dann würde man eine Eins unterbringen. Ich kann euch sagen, dass ihr auf jeden Fall hier mit sehr großen Schleifen anfangen könntet. Kann mir jemand sagen, wie gesagt, ihr dürft bei den Schleifen, wenn wir jetzt beim Thema DNF sind, alles einkreisen, was entweder eine Eins oder ein Sternchen enthält. Wer hätte Vorschläge für eine sehr große Schleife? Ganz unten, die acht Stück kamen relativ schnell. Genau, also ich kann unten die letzten beiden Zeilen nehmen. Da sind hier Einsen und Don't Cares. Okay. Das wäre eine gültige Schleife und ich hätte auf jeden Fall schon mal hier drei Einsen abgedeckt. Fehlen mir aber noch. Ich mache das mal ein bisschen hübscher, man sieht die anderen dann kaum. Damit habe ich aber noch nicht alle Einsen abgedeckt. Was kann ich noch machen, um mit den Einsen, die hier oben sind, Schleifen zu bilden? Eine oder mehrere. Weitere Vorschläge für Schleifen erst mal. Die vier rechts oben kann ich machen. Die Nullen dürfen nicht drin sein. Wenn wir eine DNF bilden, darf da keine Null drin sein. Nur Einsen und Stern. Okay. Also ich habe die Einsen hier oben. Ich könnte jetzt eine Viererschleife machen. Aber was habe ich vorhin gesagt? Wir dürfen auch Felder wiederverwenden. Genau. Gleich machen wir auch wieder eine Achter, indem wir hier unten das mitverwenden. Hintergrund ist der, wenn ich, ich will ja gleich als nächstes, das machen wir dann gleich auch gemeinsam, will ich aus diesen Schleifen, die ich gebildet habe, will ich Variablen-Therme für eine Funktionsbeschreibung rauslesen. Und wenn ich jetzt nur hier oben das nehmen würde, dann müsste ich in diesem Beispiel die Variablen X3 und X2 berücksichtigen. Dadurch, dass ich aber hier unten die Felder mit wiederverwendet habe, wird es gleich dazu kommen, dass die Variablen X3 und X2 irrelevant werden und für meine Variablen, also für meine Schleifenbeschreibung, ich hierfür nur die Variablen X1 und X0 betrachten muss. Das ist der Vorteil, den ich an dieser konkreten Stelle habe, dadurch, dass ich nicht nur die vier oben zusammengefasst habe, sondern alle acht. So, uns fehlen aber noch ein paar Einsen. Genau, da war eben schon der Vorschlag, die vier in der Mitte. Genau, da haben wir leider keine bessere Möglichkeit, das wäre genau so ein Fall, wo man sich wünschen würde, man dürfte auch sechs zusammentun, aber das geht halt nicht. Hat auch wieder den Hintergrund, dadurch wird es dann nicht minimal, sondern wir würden uns da tatsächlich sogar wieder einen komplexeren, variablen Term reinholen. Genau, die vier Ecken. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob ich jetzt hier noch eine Eins habe, die ich einzeln nehmen muss, aber dadurch, dass ich eben links, dass ich an den Rändern raus darf, kann ich die vier Ecken einmal nehmen. Das ist nochmal eine Farbe, die wir nehmen können. Das heißt, ich nehme die Eins und ich schnappe mir hier noch ein paar Ecken dazu. So, ihr seht schon, dass es so ein bisschen unübersichtlich wird. Dadurch, dass ich jetzt Farben genommen habe, geht das Ganze noch etwas. Wenn ihr das in der Hausaufgabe macht und ihr wollt nicht mit Farben arbeiten, weil ihr, keine Ahnung, wie gesagt, handschriftlich abgebt oder was auch immer, dann würde ich euch empfehlen, dann immer den Schritt zu machen, eine Schleife plus Variablen Beschreibung, nächste Schleife, Variablen Beschreibung, damit ihr immer genau wisst, über welche Schleife ihr gerade arbeitet. Wenn man mit Farben arbeitet, dann ist es natürlich schöner, erstmal alle Schleifen zu machen, dann weiß man auch sicher, man hat alles abgedeckt und würde dann eben zum nächsten Schritt gehen. So, wir gucken nochmal kurz. Wir haben ja mittlerweile so ziemlich alles drin, außer irgendwie die zwei Felder mit der Null. So soll es fast sein. Kleine Anmerkung. Es hätte jetzt sein können, dass Felder noch nicht eingekreist werden nach diesem letzten Schritt, die ein Sternchen drin haben. Das dürften wir dann ignorieren. Also wirklich, das für die DNF müssen wir nur schauen, dass wir alle Felder mit einer Eins eingekreist haben, mit einer Schleife. Und die Sternchen sind einfach nur eben als Hilfe, um gegebenenfalls größere Schleifen zu bilden. So, wir haben eingekreist. Dann versuchen wir mal abzulesen. Fangen wir mal vielleicht wieder unten mit dem an, was wir hatten. Das wäre die rote Schleife. Damit haben wir am Anfang angefangen. Und und zwar geht es jetzt darum, wir gucken, bei welchen Variablen Belegungen ist für diese Schleife Aussag ja ausschlaggebend, dass da eine ganz bestimmte Variablen Belegung vorliegen muss. Und das würde man aufschreiben. Und wenn wir hingegen allerdings sehen, dass für eine Variable sowohl wir in dieser Schleife landen, wenn die Variable Belegung null als auch eins ist, dann würden wir sie ignorieren können. und dann würde diese Variable in dem Term wegfallen. Heißt also, ich gucke mir jetzt die rote Schleife an. Fangen wir an mit x3 bei der Belegung 1, hier ist beide Male in der 1, würde ich in diese Schleife kommen. Das heißt, ich schreibe einmal x3 auf. Gucken wir uns x2 an für diese Schleife. Bei x2 habe ich das einmal, dass ich in der Schleife lande, bei der Variablen Belegung x2 gleich 1 und einmal x2 gleich 0. Das heißt, zwei verschiedene Variablen Belegungen, dann fällt diese Variable weg. Weil da muss nicht ein bestimmter Wert an der Variable vorliegen, damit ich in der Schleife lande, sondern das kann bei jedem der beiden möglichen Fälle sein, dass ich in der Variable lande. Dann brauche ich das nicht für meine Variablen Beschreibung, äh, für meine Schleifen Beschreibung. Wir machen als nächstes x1. Das ist das linke hier oben von den Spalten und wir sehen, dass wir sowohl bei Nullen als auch bei Einsen in der Schleife landen. Kein Kunststück, das ist eine relativ große Schleife, also fällt auch x1 weg für die Beschreibung der Schleife. Und bei x0 das gleiche, 0, 1, 1, 0. Auch da haben wir die unterschiedlichen Variablen Belegungen. Heißt am Ende, die rote Schleife lässt sich allein dadurch beschreiben durch den Funktionsterm x3. Wenn in unserer, heißt also, anders gesagt, heißt also, wenn x3, der Eingang x3 den Wert 1 hat, dann wird unser Ausgang entweder 1 oder don't care gegeben. Können wir in der Funktionstabelle einmal gegenprüfen. x3. Habe ich die Fälle hier unten und ich gucke hier rechts und ich sehe 1, 1, Stern, mehrere Sterne, nochmal ein Stern, 1. Fast zu dem, was wir in der Schleife haben. Also, wenn x3 den Wert 1 hat, wird der Ausgang 1 oder Stern sein. Das heißt, in dem Fall habe ich Glück gehabt und so eine große Schleife kann ich tatsächlich dann durch einen variablen Wert beschreiben. Da das Ganze jetzt eine DNF ist, heißt das, ich habe auf höchster Ebene eine oder Verknüpfung, disjunktiv. Und in den Termen hätte ich eine Unverknüpfung, aber da ich jetzt nur die Variable x3 brauche für das Brote, brauche ich da gerade nicht mehr. Schauen wir mal, wer kann mir denn sagen, die große blaue Schleife? Was ist der Variablen-Term für die große blaue Schleife, die wir hier haben? Also, die beiden rechten Spalten. Schaut euch an, bei welchen Variablen eine ganz bestimmte Belegung festgeschrieben ist und bei welchen hingegen die wegfallen, ist es egal, ob die 0 oder 1, weil die sowohl mit 0 und 1 drin sind. Richtig, das ging schnell. Genau, also, wir haben x3 und x2, haben wir die unterschiedlichsten Belegungen da drin. 0, 0 und 1, 1 oder 0, 1, 1, 0, die sind alle drin, also mit 0 und 1, x3, x2 fallen damit weg. Wenn wir uns die Spalten angucken, x1 ist jeweils immer 1, dann haben wir noch x0, das ist einmal mit 1 und mit 0, würde also auch wegfallen. Das heißt, das Einzige, was die blaue Schleife beschreibt, ist der Variablen-Term x1 mit dem Wert 1 und da wird der entsprechend positiv hier eingetragen. Das könnten wir jetzt in der Funktionstabelle wieder gegenprüfen. Könnt ihr dann zur Übung oder so da nochmal machen oder könnt ihr euch da nochmal angucken. Damit haben wir auch schon die blaue Schleife beschrieben. Ihr seht, große Achter-Schleifen sind sehr bequem und sehr schnell einzutragen. Leider haben wir sie nicht immer und wir kommen jetzt zu kleineren Schleifen. Schauen wir uns mal die grüne an hier in der Mitte. Kann mir jemand sagen, was da für einen Variablen-Term rauskommt? ein Teil fällt weg von Variablen, aber ein Teil werden wir brauchen und da ist dann halt eben wichtig, welche dazwischen sind. Wie bitte? 0 und 2, das sieht sogar gut aus, glaube ich. Gucken wir mal. Also, x3 fällt weg, weil 0 und 1. x2 bleibt auf jeden Fall da. Dann ist das Ganze unverknüpft in dem Term. Das heißt, ich brauche hier gerade nichts zwischenschreiben und ich gucke noch mal bei den Spalten. x1 ist mit 0 und 1, fällt weg und x0 hat den Wert 1, bleibt also da und wird dann unverknüpft hinzugefügt. Also habe ich den Term x2, x0 oder x0, x2, je nachdem, warum ich das aufschreibe. Okay. Ein Term fehlt uns noch. Die vier Einsen sind in den Ecken. Was ist das für ein Term? Kleiner Tipp, wenn ein Eingang 0 ist und wir brauchen 0, dann wird der quasi als negiert aufgeschrieben. Die braun-goldene Schleife. Was meint ihr, welche Terme oder welcher variablen Term dahinter steckt? Sonst nehme ich auch erstmal nur die variablen Belegungen und dann gucken wir uns, was das dann für den Term heißt. Genau, du musst auch negieren, wenn du als Ergebnis eine Null, also wenn der Eingangswert eine Null ist, dann brauchst du ja den negierten Eingang, also den nicht auf 1 gesetzten Aktiven. Wie bitte? Ich glaube, du meinst das Richtige. Genau, also die invertierte X2 und die invertierte X0 brauchen wir. Schauen wir uns mal an, wie das zusammen zustande kommt. Bei X3 haben wir 0 und 1, bei X2 haben wir den Wert 0 an den Eingängen anliegen. Also nicht 1 wie eben, sondern 0 und deswegen müssen wir es also einmal negieren, den Eingang, haben also X2 oder eben nicht X2 und dann gucken wir uns die Spalten an. X1 ist mit 0 und 1 da drin mit den variablen Belegungen und dann haben wir noch die Variable X0 und hier auch wieder mit 0, deswegen auch negiert und das heißt, der Term für unser Goldbraun in den Ecken ist dann nicht X2 und nicht X0. Das ist das, was rauskommen sollte, wenn eine Minimierung gefragt ist in zum Beispiel disjunktiver Normalform oder wenn die DNF gefragt wird. Also zum Beispiel in 8.1b wird gesagt, geben Sie die zugehörigen Terme in disjunktiver Form an. Das wäre dann ja eben die DNF. In 8.4b hingegen wird gefragt, minimieren Sie die Funktion in konjunktiver Form. In 8.4 sollt ihr zwar kommt kommt ja dann nicht aus einer Aufgabe, sondern aus einer Schaltung, aber sollte auch über eine Funktionstabelle in ein KV-Diagramm erstmal gehen und da sollt ihr in konjunktiver Form das machen. Das heißt, dafür brauchen wir dann die konjunktive Normalform. Die funktioniert fast genauso wie die DNF, nur einmal auf den Kopf gestellt quasi. Schauen wir mal. Das war nicht ganz der, den ich kopieren wollte, aber egal, reicht uns auch. also die KNF, wir haben eben bei der DNF die Einsen eingekreist. Bei der KNF müssen wir die Schleifen mithilfe der Nullen bilden. Auch hier ist es wieder erlaubt, die Sternchen, also die Don't Cares, mitzubenutzen oder nicht mitzubenutzen. Hat jemand einen Vorschlag, wie ich bei meinem KV-Diagramm jetzt die Schleifen bilden kann für meine Nullen. Oben links die vier nicht ganz. Also ihr darf keine Einsen jetzt haben. Ich muss die Felder aus dem KV-Diagramm nehmen, also jetzt nicht die Beschriftung am Rand, sondern ja nur die Felder da drin und nur Nullen. vielleicht muss ich was einzeln nehmen, aber es gibt mindestens eine Schleife, die ist größer als eine Einzelschleife. Welche Schleife ist größer als ein Feld? Wie gesagt, ich darf Nullen und Don't Cares drin haben. Mitte links die zwei, genau. Mitte links die zwei, das ist der Teil hier. Zweier Potenz, insofern okay. Mehr hier rechts habe ich nichts, kann ich nichts hinzufügen, auf der linken Seite hier einmal rüber auch nichts, aber immerhin zwei Felder ist besser als ein Feld. Ähnlicher Grund wie eben auch mit dem Unterschied zwischen der Viererschleife und der Achter Schleife. Auch hier habe ich zwar immer noch einen komplexen Term, aber er ist immerhin weniger komplex, als wenn ich nur ein Einzelfeld nehmen würde. Und dann habe ich hier oben noch die Null und falls ich in der Vorbereitung keinen Fehler gemacht habe, ist da tatsächlich leider nichts nichts anderes mit zu kombinieren und den brauchen wir dann als Einzelterm. Ich sagte eben ja schon, don't cares, können wir mit einfügen, können wir nicht einfügen, die sind egal, wichtig ist nur, dass wir alle Ziffern, die wir betrachten sollen, abgedeckt haben. Für die KNF ja eben die Nullen, die haben wir alle jetzt in Schleifen drin. Und jetzt würden wir ablesen. Als erstes, wir hatten ja eben die Oder- Verknüpfung von Und-Term, jetzt haben wir ja die Und- Verknüpfung von Oder- verknüpften Term, also sowas hier. Und dann hier vielleicht eben auch noch mehr. Und wir müssen einmal, weil wir ja eine Null als Ausgang haben, die wir beschreiben, damit dann der Wahrheitswert wieder stimmt, lesen wir auch wieder am Rand unsere Zeilen und Spalten ab für die Variablen Belegung und invertieren die allerdings einmal. Das heißt, ich lese genauso wie eben von den Spalten Beschriftungen ab und dann muss ich aber einmal kurz die jeweils dann einmal invertieren die Beschriftung am Rand. Gucken wir uns das einmal an. Ich würde sagen, ich mache mal das Blaue für euch als Beispiel und zwar ich schaue x3 x3 gilt dann, wenn der Wert 0 ist. Eben bei der DNF hätte ich dann aufgeschrieben nicht x3. Da ich das Ganze aber invertiere fällt die Negation weg und ich würde x3 hinschreiben. Dann brauche ich meine Unverknüpfung für die nächste Variable, weil ich weiß jetzt schon, ich brauche irgendwie alle 4. x2 das gleiche ist hier auch mit an 0. Eben hätte ich nicht x2 aufgeschrieben, jetzt schreibe ich das Ganze invertiert auf, also zweimal negiert ist ja wieder quasi positiv, also schreibe ich x2 auf. Dann schaue ich mir an x1 den Wert 0, okay, also auch wäre eben wäre das nicht x1 gewesen, wieder negiert das Ganze ist dann x1 und x0 hat hier den Wert 1. Eben hätte ich aufgeschrieben x0, jetzt invertiere ich das Ganze, schreibe also nicht x0 auf. Alles, weil ich ja jetzt keine Schleifen über 1 als Ausgangswert gebildet habe, sondern über 0 und deswegen muss ich einmal invertieren, damit ich nicht den Wahrheitswert verfälsche, weil sonst würde ich eine Beschreibung machen für 1 Das heißt, meine blaue Schleife hat am Ende die Beschreibung vom Term her x3 und x2 und x1 und nicht x0 Nee, warte, stimmt das gerade eigentlich? Wo bin ich gerade? Konjunktiv. Das ist eine Konjunktive. Natürlich habe ich jetzt gerade die falschen Verknüpfungen dazwischen gesetzt. Oder? Jetzt bin ich selber irritiert. Äh... Ja, ja, gut, okay, jetzt weiß ich, wo ich mich gerade wegirritiert habe. Ich bin ja immer noch hier in einer kleinen Klammer. Und Konjunktiv heißt ja, dass ich auf oberster Ebene das und habe. Also zwischen den einzelnen Schleifen die Verknüpfung das und ist. Sorry, da habe ich jetzt gerade einmal nicht aufgepasst und mich selber ausgetrickst. Das heißt natürlich, dass wir hier eine oder Verknüpfung haben. war gerade ein bisschen zu schnell. Genau, aber grundsätzlich das Ablesen bleibt das Gleiche. Also ich nehme die Zeilen- und Spaltenbeschriftung für eine Schleife. Ich schreibe die ganze Schleife damit auf, in dem Fall das, was hier in der Klammer steht. Und die einzelnen Schleifen sind dann auf oberster Ebene unverknüpft. Und das heißt, in den Schleifen ist dann das Gegenteil bei der KNF, sie sind dann oder verknüpft. KNF, konjunktive Normalform verbunden. enger zusammen ein und. So, jetzt habt ihr das Beispiel einmal bekommen. Jetzt habe ich hier noch diese goldbraune Schleife. Traut sich jemand den Term zu versuchen einmal? Hier werdet eine Variable weniger brauchen als eben. Soviel kann ich schon mal verraten, aber was ist der Term für die goldbraune hier noch fehlende Schleife? Er kann ich nicht nicht das Guckt wieder wie eben. Welche Variablenbelegungen sind mit 0 und 1 drin? Das fällt weg. Und bei welchen Variablenbelegungen gibt es einen spezifischen Wert? Das gleiche dann so eben wie eben aufschreiben und dann einfach einmal einzeln negieren. So, was haben wir hier im Vorschlag? Wäre nicht x2. Ich schreibe den erstmal einmal auf. Nicht x2 oder x1 oder x0. Dann gucken wir gleich mal. Also, schauen wir mal. Also x3 wäre hier drin in dieser Schleife mit 0 und 1. Fällt also weg. Dann haben wir x2 mit dem Wert 1. Hätten wir eben aufgeschrieben als x2 bei der DNF, also schreiben wir es bei der KNF als nicht x2 auf. x1 ist immer nur mit dem Wert 0 drin. Würden wir also statt negiert, würden wir es als x1 aufschreiben. Und x0 das gleiche. Das heißt, wir würden hier nochmal x0 haben. Das Ganze jeweils oder verknüpft. Genau richtig. Das heißt, die Variablenbeschreibung für die Schleife ist dann nicht x2 oder x1 oder x0. Das ist dann das, wenn es heißt, bilden Sie die KNF. Wobei es kann manchmal auch Aufgaben geben, wo dann halt eben beides gemacht werden soll. So, was würde man damit jetzt anfangen können, wenn man eine minimierte Funktion rausbekommen hat? Die Idee ist halt, dass man damit, also man hat sich vorher eine Aufgabe überlegt, die irgendwie gelöst werden soll. Und wir haben jetzt versucht, das mit möglichst minimaler Beschreibung zu machen. Und ich glaube, das machen wir gleich mal zum Beispiel dann mit der DNF weiter. Die Idee ist dann, dass man halt sagen kann, okay, jetzt weiß ich, was ist die minimierte Form als Term, die ich brauche, um genau diese Aufgabe zu beschreiben. Und daraus baue ich mir jetzt eine Schaltung. Gehen wir nochmal auf die DNF zurück. Die ist nämlich gleich ein bisschen schöner. Das heißt, um die Funktionalität abzubilden, also wenn ich jetzt eine Schaltung bauen wollen würde, die mir genau das Segment A ansteuern würde, dann brauche ich eine Schaltung, die aus den Eingangsbelegungen, und wir haben ja vier verschiedene, also es gibt vier verschiedene Eingänge, die kommen, von x0 bis x3 oder x3 bis x0, die dann auf diese Art verknüpft sein muss, wie in der DNF. Das reicht dann, damit der Ausgang immer genau den richtigen Wert hat. Die Aufgabenstellung dazu kann dann sowas heißen, wie implementieren Sie die Schaltfunktion aus Aufgabenteil mit Hades oder und erstellen Sie die zugehörige Hades-Schaltung. Oder zeichnen Sie die Schaltung dazu. Haben wir jetzt, glaube ich, gerade hier nicht dazwischen. Wie gesagt, wir gucken so ein bisschen mal auch so allgemein quer. In diese Richtung geht es nämlich in Aufgabe 8.3 und 8.4 weiter, dass ihr eine minimierte Form habt und dann eine Schaltung daraus zeichnen sollt. Wobei ihr in 8.3 die Minimierung wieder woanders her... Oh nee, doch, da geht es auch um die Minimierung aus dem KV-Diagramm. Okay, Schaltung. Gucken wir uns einmal an, was eigentlich Schaltung heißen. Kleiner Exkurs. Ich kann verschiedene Schaltsymbole haben. Das typische in Hades. Hades lernt ihr sonst ja auch im Praktikum, meine ich, kennt. Ist... Gebt mir mal ein bisschen mehr Mühe damit, dass es ein bisschen deutlicher ist. Man hat meist so einen Eingangsfleck. Wie so ein Etikett oder sowas da dran. Okay, es ist nicht ganz gerade. Da ist dann so ein Kreis da drin und dieser Kreis kann halt entweder gefüllt sein oder nicht gefüllt sein. Das wäre hier so ein gefüllter Kreis. Gefüllter Kreis würde in Hades dann auch bedeuten, der Eingang ist ein, ist aktiv. Wenn ich jetzt nur einfach andeuten will, dass es um Eingang sich handelt, dann würde ich ihn halt erstmal so auch leer dann hinschreiben. Wobei, na gut, wenn ich ihn belegen will, also kann ihn dann auch, voilà, kann ihn auch schön einmal ausführen. Das wäre erstmal mein Symbol, quasi, wenn ich einen variablen Eingang haben will. Der geht dann weiter in eine Leitung. Und ich brauche natürlich auch noch eine Beschriftung. Das habe ich mir zu wenig Platz gelassen. Das war natürlich wieder nicht geschickt. Also, das könnte jetzt zum Beispiel der Eingang X3 sein. Das wäre das Symbol oder die eine Art, wie ich einen Eingang mache. Wenn ich mehrere Eingänge habe, muss ich das natürlich mehrfach tun. Das heißt, ich würde mehrere von diesen Flaggen zeichnen und hätte an jedem hier dann irgendwelche Eingänge, die als Leitung rauslaufen, äh, Leitung, die dann rauslaufen aus dem Eingang. So, eine Leitung kann ich dann wieder mit einem anderen Schaltsymbol verbinden. Also, ich könnte hier jetzt ein Schaltsymbol dran tun. Das würde dann zum Beispiel so aussehen. Es ergibt jetzt wenig Sinn, dass da ein Einzelnes nur dran ist. Äh, das ist, sieht so ein bisschen aus wie so ein D. Das ist das Schaltsymbol für ein And, also ein Und. Und, mal das vielleicht mal extra. Ein Und hat auf jeden Fall einen Ausgang. Und mindestens zwei Eingänge. Es gibt noch so ein paar Sonderformen, dass man eventuell auch drei Eingänge oder mehr hat. Aber in der Regel hat man halt zwei Eingänge. Wenn es ein Und gibt, wird es auch ein Oder geben. Das Schaltsymbol für ein Oder ist so ein bisschen wie eine Pfeilspitze. Äh, nicht so ganz hübsch, aber ich hoffe, ihr könnt es trotzdem erkennen. Auch hier zwei oder auch drei Eingänge. Ja, beim Oder ist es sogar ja noch ganz einfacher, viel einfacher da noch rauszufinden, was das eigentlich bedeuten würde, wenn es mehrere Eingänge sind. Bei drei Eingänge ist dann halt, einer oder mehrere der Eingänge müssen positiv sein oder müssen eins sein, damit der Ausgang auch wieder eins ist. Klassisch erstmal wäre natürlich das mit zwei Eingängen und einem Ausgang. Also wie gesagt, mehr so eine Pfeilspitze nach rechts, so ein bisschen rund hier die Seite. Wir können noch haben, da den Inverter. Den nehmen wir mal. Das ist ein Dreieck mit einer Spitze, äh, mit einem Kreis dran. Da geht ein Eingang rein und ein Eingang raus. Das Einzige, was dieses Schaltsymbol macht, ist, den Eingang zu negieren. Das heißt, wenn da irgendwie X3 reinkommt, kommt am Ende nicht X3 raus. Das Ganze kann man kombinieren mit Schaltsymbolen, die es schon gibt. Wir können nämlich auch sowas haben, wie wir haben ein AND und wir haben diesen Kreis am Ausgang. Also wieder zwei oder mehr Eingänge und einen Ausgang. Und in dem Fall ist mein Ausgang ein AND, was negiert wurde, also ein NAND. Und was ich mit dem NAND machen kann, kann ich natürlich auch mit dem OHR machen. Auch hier, ich habe das OHR als eigentliches Symbol und ich habe da nochmal so einen Kreis da dran. Also ihr seht schon, so dieser Kreis am Ausgang, der steht eben dafür, dass der Ausgang dann negiert wird, aber noch direkt in diesem Schaltsymbol, weswegen das wieder ein anderes Schaltsymbol ist oder Schaltgatter ist als das ursprüngliche. Das heißt, hier hätten wir dann ein NOR, ein NOT-Oder vorliegen. Rein prinzipiell kann ich auch noch viel mehr komische Dinge machen mit diesen Negierungen. Wir haben es zum Glück nicht in der Hausaufgabe, aber nur, dass ihr es schon mal gesehen habt. Und man kann theoretisch auch so Dinge tun, dass man den Eingang direkt davor negiert. Und wenn man ganz fies sein will, macht man das nur mit einem Eingang. Und wenn man dann nochmal ganz fies sein will, dann negiert man noch den Ausgang. Und dann hat man immer noch irgendwie ein etwas halbwegs gültiges und verschändliches Schaltsymbol, aber man hat alle Studenten damit irritiert. Also heißt auch für eure Schalt, Schaltung, die ihr macht, versucht, sowas bitte zu verhindern. Genau, in der Aufgabe gibt es noch ein X-Ohr. Da würde ich gleich auch nochmal, hätte ich auch noch was kurz zu gesagt. Wie gesagt, das hier bitte kann man zwar theoretisch machen, aber man tut nicht mal sich selber einen Gefallen damit. Aber falls ihr mal irgendwo was habt, dass irgendwie zum Beispiel ein oder beide Eingänge an einem Schaltgatter so einen Kreis dran haben, dann heißt das, dass der Eingang legiert wird. Also so, als ob quasi so ein kleiner Inverter direkt vor dem Eingang nochmal ist. Ich hoffe, ihr werdet es nicht sehen, aber falls es so ist, dann wisstet ihr das. So, dann haben wir noch das XOR in der Hausaufgabe. Genau, das sieht dann natürlich so aus. Wir haben erstmal das OR-Symbol. Und dann ist quasi auf der linken Seite, auf dem Ende nochmal parallel so ein Strich. Das ist dann das Exklusiv-Oder. Die Wahrheitstabelle, die kennt ihr hoffentlich noch. Also exklusiv-Oder, der Ausgang ist nur positiv, wenn nur genau einer der Eingänge negativ ist. Nicht, wenn beide... Äh, äh, Gott, negativ. Der Ausgang ist nur dann positiv, wenn genau einer der Eingänge positiv ist. Nicht, wenn beide positiv sind. Dann ist der Ausgang wieder negativ. Genau, das ist XOR. Aber prinzipiell können wir das Ganze natürlich auch mit einem AND machen. Das werdet ihr aber auch eher weniger sehen. Dann würde man den gleichen Kram quasi auch tun. Wie gesagt, eher seltener. Wobei, ich glaube, das ist schon eine... Ne, warte, das ist, glaube ich, eine sehr krude... Vergesst es, vergesst es, vergesst es. Das ist dann nämlich eher eine theoretische Konstruktion. Also, das sind die Schaltelemente, die ihr auf jeden Fall braucht für ein Schaltungsdesign. Ähm, nicht alle braucht ihr jetzt für die Hausaufgabe, aber alle solltet ihr irgendwie für RSB wissen. Oder wenn ihr dann auch mal Schaltungen macht. Ein wichtiger Punkt noch zum Thema Kreuzung von Linien. Also, wir haben ja Schaltungslinien, die irgendwo hier gehen, über eure Schaltungen. Und dann kann es sein, dass ihr halt hier eine habt. Und ihr müsst da einmal kreuzen, weil ihr da hinten in ein anderes... Oh, voilà, das macht ich auch schon. Weil ihr da hinten in ein anderes Symbol rein wollt. Ähm... Nicht so schön. Das Problem ist, wenn ich jetzt einfach nur sowas mache, dann sehe ich hier nicht, wo ich... Ähm... Also, ich kann erahnen, wie meine Schaltung geht. Ähm... Aber ich kann jetzt nicht hundertprozentig sagen, ist das jetzt verbunden oder nicht. Also, das ist zumindest ja die Frage, die man sich erst mal stellen würde. Was ist jetzt mit was verbunden? Ähm... Dafür hat man sich ein paar Gedanken gemacht. Wenn ich etwas kreuzen will, dann seht ihr vielleicht manchmal sowas, dass hier so ein Halbkreis drüber gesetzt wird. So ein Sprung. Das bedeutet quasi ein Sprung. Ich springe über die Leitung rüber. Damit ich ganz klar gemacht habe, hier gibt es keine Verbindung. Umgekehrt gibt es manchmal Sachen wie... Ich habe einen Eingang, den ich in... Zwei verschiedene Gatter reinfügen will. Also, keine Ahnung, dann habe ich hier vielleicht irgendwie ein Und, wo das rein soll. Und hier unten vielleicht auch irgendwie noch irgendwas. Na, ist ja egal. Brauche ich da nicht irgendwie. Ähm... Und um ganz eindeutig zu machen, dass das hier eine verbundene Sache ist, kann ich einen ausgemalten Kreis da draufsetzen. Das würde auch nochmal die Bedeutung sein, an der Stelle ist eine Abzweigung. Das heißt, dass ich mein Signal in zwei Signale aufsplitte, die aber natürlich den gleichen Wert haben, wie das, was von links kommt. Das sind so ein paar kleinere Konventionen, die macht man damit, ein Schaltbild eher leserlich bleibt. Und zum Thema leserlich, bitte versucht, gerade Linien zu machen. Also nicht ein, auch wenn ihr jetzt irgendwie sagt, ihr wollt irgendwie hier nach oben irgendwo hin, nicht so quer rüber. Ne, sondern dann wäre es halt rechtwinklig und ein bisschen gerade, als was ich gerade gemalt habe. Einfach, damit es übersichtlich bleibt. Nicht nur für die Übungsgruppenleiter, sondern einfach auch für euch. Und falls ihr später irgendwie mehr mit Schaltungen arbeitet, gewöhnt es euch besser jetzt, dann gleich an, die sauber zu machen. Vielleicht müsst ihr auch nie selber welche erstellen. Ähm... Aber man weiß nicht, was einen irgendwie erfährt. Und mittlerweile bin ich ganz froh, dass ich zumindest Schaltungen auch immer noch gut lesen kann, weil manchmal kriege ich auch welche. Die Reihenfolge der Eingänge im Schaubild. Ähm... Ich sag mal so. Das, was man... ...meistens macht, ist, dass man in einer Reihenfolge, numerischer Reihenfolge bleibt. Man kann sich jetzt drüber streiten. Fange ich mit x3 an oder mit x0 an? Wenn jetzt wie hier in der Funktionstabelle mit x3 angefangen wird, würde ich auch von oben nach unten mit x3 anfangen. Also x3, x2, x1, x0 als Eingänge. Also... Vielleicht mag es eine Lösung geben, die schöner ist, wenn du die Eingänge anders anordnest. Ähm... Aber ich würde es nicht für die Hausaufgabe tun. In meiner Erfahrung ist auch das, was an Musterlösungen an die Übungsgruppenleiter geht, eher in numerischer Reihenfolge. Und... Damit die schneller abgleichen können und ihr weniger das Risiko läuft, dass die irgendwie das falsch verstehen, lasst es lieber in numerischer Reihenfolge. Übrigens auch ja ganz gefährlich. Manche schreiben, wenn man so ein bisschen hinkleert, dann schreibt man vielleicht mal so eine 3 und eine 2 relativ ähnlich. Und wenn ganz klar eindeutig ist, es ist die numerische Reihenfolge, ähm... Dann kann man das immer noch wenigstens erahnen, was es wohl ist. Okay, jetzt habe ich euch ganz viel zu dem Thema Schaltung, ähm... Gezeigt, erklärt, wie auch immer. Ich glaube, wir wollen jetzt mal eine Schaltung machen. Also ich hoffe, ihr wollt auch mal eine Schaltung machen, weil... In der Hausaufgabe müsst ihr es ja auch tun. Und deswegen... Irgendwo hatte ich schon was zurückgelegt. Habe ich es doch überschrieben. Na gut, dann nehmen wir das hier. Geht auch. Das war ja unsere DNF, die wir erstellt haben. Das heißt, daraus würden wir eine Schaltung bauen wollen. Was für Schaltgatter und wie viele davon brauchen wir für diese Schaltung? Fangen wir erst mal an mit der Frage, was für Schaltgatter? Könnt ihr mir sagen, was für Schaltgatter ich für die DNF brauche? Ich brauche ORs, ich brauche ANDs, ja. Und einen Inverter. Genau, Inverter wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Oder zumindest irgendwas, wie ich diese Negation dann kriege. Okay. Kurz nur ein bisschen Platz. So, was ich euch immer empfehlen würde, ist so ein bisschen zu gucken, was ist auf der obersten Ebene, was sind die großen Sachen, die ihr braucht und was sind überhaupt die Basisbausteine, die wir brauchen. Also, wir haben auf jeden Fall Eingänge, das ist relativ logisch. Bevor ich die wieder hässlich hinmale, kopiere ich mir die, glaube ich, einfach. So, wir haben X3, X2, X1, X0, alle vier Eingänge sind nötig. Kopieren wir uns doch einfach mal vier Stücke hin. Eins. Ich habe schon wieder zu dicht an Rand. Mal daran denken, links noch den Eingangsnamen heranschreiben können. Ja, ich weiß, ist ein bisschen geschummelt. Aber ja, das wäre auch möglich. Das kann ich natürlich auch tun. Ich kann natürlich die Schrift nach oben schieben. So, vier Eingänge. Dann sollten wir sie auch noch beschriften. Also, X3, X2, X1, X0. Und ich sehe jetzt schon, dass wir doch relativ lange brauchen heute. Wahrscheinlich sind wir eher bei 20, 30. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Zeit mitgebracht. Okay, wir haben unsere Eingänge. Wir haben am Ende unseren Ausgang. Da habe ich das Kopieren verloren. Unser Ausgang sieht fast so aus wie unser Eingang. Nur, dass wir quasi von links dann daran kommen werden. Und ich den Namen des Ausgangs natürlich nicht Rand kriege mehr. Gut, ich habe so ein bisschen Angst um den Platz da drin, den wir dazwischen brauchen. So, jetzt haben wir unsere Eingänge. Wir wissen, wir brauchen X3 normal, wir brauchen X1 normal, wir brauchen X2 und X0. Also, wir haben ein Und und wir haben die Negation bei X2 und X0 dazwischen. Auf der obersten Ebene haben wir ein Oder. Das können wir in verschiedene Odas reinfügen oder ich kann jetzt hier einfach mal... Ich sage euch, ich mag dieses Oder-Symbol nicht. Ich kann es immer nicht zeichnen. Das ist immer nicht so mein Ding. So, wir können theoretisch, wir können auch mehrere Eingänge ins Oder reintun. Das ist das Oder, wo am Ende alles reinkommt, also quasi diese schwarzen Odas. Und da haben wir auf jeden Fall einmal drin X3. Das geht da rein. Dann geht da X1 rein. Und dann haben wir X2 und X0. Das heißt, wir werden ein Und brauchen. Wo dann einmal X2 reingeht. Und wo X0 reingeht. Und der Ausgang davon natürlich wieder in das Or rein. Und dann brauchen wir jetzt noch mal die Verundung von den Negationen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall noch mal ein Und. Und wir müssen gleich irgendwie dann noch den In-Werte reinkriegen. Ähm. Ähm. Genau. Also, da würde ich jetzt einmal vom X0 einmal quasi sagen, dann ist das hier eben eine Abzweigung. Ich habe dann einmal den nicht negierten Eingang, wie er ins AND reingeht und einmal negiere ich den Eingang, um dann in das untere AND zu kommen. Jetzt muss ich natürlich X2 auch nochmal einmal negieren. Auch in einen Inverter. Ich glaube, ich lege den auch einmal hier unten rein. Wie gesagt vorhin, es wäre jetzt genauso auch formal korrekt, wenn ich die Eingänge an dem AND negiere, also quasi nur diese Kringel an den Eingängen machen würde. Aber gerade wenn wir hier wie hier jetzt mit Negationen arbeiten, ist es einfach zum einen deutlicher und zum anderen auch expliziter, dass wir sagen, ich habe hier die Negation und natürlich habe ich mit dem Werter das Ganze. Und mit dem Inverter haben wir natürlich auch die Möglichkeit, den negierten Eingang dann gegebenenfalls auch in verschiedene Bereiche, in verschiedene Schaltgatter dann wieder reinzubringen. So, dann nehmen wir also nochmal vom Eingang X2 was ab. Negieren das Ganze. Und den Ausgang in das ODA rein. So, wenn ich jetzt die Gatter ein bisschen an schönere Stellen geschoben hätte, ich hätte es jetzt sicherlich auch ein bisschen hübscher malen können, aber das jetzt von dem Aufbau des Ganzen. Ich hoffe, das gibt euch so ein bisschen den Einblick, wie ihr da in eine Schaltung kommt. Also am besten einmal gucken, welche Eingänge habe ich, was brauche ich, wo fange ich links auf jeden Fall an. Das ist safe. Damit könnt ihr mal anfangen. Dann überlegt euch, wo muss ich am Ende eigentlich hinkommen? Was ist denn jetzt eigentlich das letzte Gatter, was ich irgendwie auf der rechten Seite habe? Ist es eins? Hat das einen Eingang? Hat das mehrere Eingänge? Ich hätte jetzt auch mit mehreren ODAs das machen können. Dadurch, dass ich aber beim ODA ja auch mehrere Eingänge reintun kann, geht das dann auch entsprechend so. Und dann muss ich da vorgucken, was habe ich da an weiteren einzelnen Signalen, die ich mir zusammenbauen muss und welche Schaltgatter, die ich mir dann belegen muss. Habt ihr das soweit nachvollziehen können? Vielleicht auch gerne auch im Chat, auch da einmal bitte eine Rückmeldung. Glaubt ihr, wenn ihr jetzt irgendwie so eine Formel habt, dass ihr es dann schaffen könnt, daraus eine Schaltung zu bauen? Okay, gut. Dann brauchen wir zum Thema Schaltung einmal nochmal den Punkt aus Aufgabe 8 hier. Dort heißt es, Analyse einer Schaltung. Und da machen wir quasi den Schritt, dass wir ja erstmal eine Schaltung haben. Also 8.4 ist im Endeffekt die Aufgabe. Wir haben eine Schaltung, wir analysieren sie, wir machen eine Funktionstabelle mit Hilfe von KV-Diagrammen und gehen dann in KV-Diagramme. Und wenn wir in den KV-Diagrammen minimiert haben, dann haben wir ja eine Minimierung, die hoffentlich besser ist als die Ausgangsschaltung und deswegen würden wir dann wieder eine Schaltung bauen. Das ist so das, worum es in 8.4 geht. Eine Schaltung nehmen, analysieren, minimieren, neue Schaltungen bauen. So, wie kann ich jetzt vorgehen, wenn ich eine Schaltung habe und ich will daraus eine Funktionstabelle haben? Also wenn wir erstmal die Funktionstabelle haben, das haben wir ja die ganzen Schritte danach, die haben wir eben einmal ja schon durchgesprochen. Das solltet ihr auch hinkriegen. Aber wie ist es, wenn ich jetzt eine Schaltung habe? Dann würde ich auch euch vorschlagen, guckt euch als erstes an, was sind eigentlich die Spaltenköpfe von der Funktionstabelle für eure Schaltung? Also wenn ich jetzt an der Stelle beispielsweise, wobei ich sollte mir das einmal kopieren hier. So, wenn ich jetzt meine Funktionstabelle mal hier neben mache, ich mache mal ein bisschen Platz hier. Dann gucke ich als erstes, ich habe Eingänge, ich habe x3, x2, x1, x0. Und ich weiß, ich habe auch einen Ausgang, aber ich habe dann ja noch Sachen auf dem Weg zum Ausgang. Also wir sind jetzt, im Endeffekt sind wir bei sowas wie bei Aufgaben Typ 8.4. Gegeben ist eine Schaltung und mal angenommen, wir hätten die DNF da oben links jetzt gar nicht und diese Schaltung wäre jetzt, diese Schaltung, die wäre neu für uns. Das wäre eine Schaltung, die wir bekommen hätten. Das wäre jetzt vielleicht die, die wir analysieren sollten. Dann würden wir eben gucken, wir haben links die Eingänge, die möglichen Variablen. Und wir haben verschiedene Schaltgatter auf dem Weg. Und man würde dann so ein bisschen halt schauen, was passiert eigentlich mit den ganzen Schaltgattern, dass man dann stückweise durchgeht. Ich könnte sie mir benennen, ich könnte sagen, das wäre Schaltgatter Alpha, weil das ist nicht abhängig von einem anderen. Dann habe ich die Invertierungen hier. Dann muss ich mal gucken, ob ich die Inverter auch mit dazu nehme, aber ich kann das hier mal machen. Oh Gott, ich kann das Beta gar nicht schreiben gerade. Dann haben wir, ich glaube, das war das Gamma. Das wären die beiden Inverter, Beta und Gamma. Und dann hätte ich das Delta. Wäre dann mein End hier unten. Also das wäre ja so ein Punkt, weil ich dann hier sehen würde, dass das End nicht einfach nur den Eingang direkt kriegt. Also das heißt, es reicht mir nicht einfach zu wissen, was hier der Eingang ist, sondern ich habe dazwischen noch ein Schaltsymbol. Inverter ist wie gesagt relativ einfach. Das kann man theoretisch, kann man das überspringen. Könnt ihr vielleicht auch direkt ablesen. Aber es geht eben darum, dass man meistens nicht einfach nur direkt aus einer Variablenbelegung und dem Blick auf eine Schaltung sofort sagen kann, ach ja, unter dieser Variablenbelegung ist der Ausgang der Wert. Ich glaube, die wenigsten werden das mal eben so machen können für eine Schaltung, wie sie in 8.4 ist in der Aufgabe. Das ist ganz normal. Deswegen würde man dann eben schrittweise durchgehen und müsste halt eben überlegen, welches Schaltgatter ist von welchem anderen abhängig? Welches müsst ihr euch angucken, bevor ihr überhaupt das nächste euch angucken könnt? Also zum Beispiel habt ihr, wenn ihr mal ins Aufgabenblatt guckt, da habt ihr ja oben zwei Schaltgatter, ganz oben im Aufgabenblatt. Und da habt ihr tatsächlich das Schaltgatter oben in der Mitte, werdet ihr erst den Wahrheitswert bestimmen können, der am Ausgang da anliegt, wenn ihr das links davon gemacht habt. Geht einfach nicht ohne. Also ihr müsst erst wissen, was aus dem Links rauskommt unter den unterschiedlichen Variablenbelegungen, damit ihr wisst, was dann rechts passiert. So, dann müsst ihr euch halt eben angucken, in welcher Reihenfolge könnt ihr Aussagen treffen über die Variablenwerte. Falls ihr euch bei der, falls ihr euch da irgendwo zwischendurch hier mit, also es ist dann einfacher, meistens die irgendwie zu nummerieren, also entweder mit dem griechischen Alphabet durchnummerieren oder meinetwegen auch irgendwie mit Zahlen nach dem Motto Schaltgatter 1, 2, 3, 4, 5. Bis ihr dann am Ende irgendwo an dem Ausgang seid. Ich könnte jetzt hier noch ein Epsilon an das Oder schreiben, brauche ich aber nicht unbedingt, weil der Ausgang vom Epsilon ist ja schon mein Ausgang A. Das heißt, ich würde jetzt in meine Funktionstabelle folgende Spalten ergänzen. Einmal für das Alpha, weil dafür brauche ich keine anderen Schaltgatter vorher. Dann für das Beta. Dann für das Gamma. Und für das Delta. Nächst mal nämlich doch Zahlen, die kann ich nämlich besser schreiben. Und am Ende habe ich dann meinen Ausgang A. Was nichts anderes ist, als das, was am Ende aus dem Oder rauskommt. Und ich würde dann hier die Funktionstabelle genauso wie hier, wie eben auch aufstellen. Ich muss alle Variablenbelegungen einmal durchprüfen. Das heißt, ich würde mit 0, 0, 0 anfangen und gehe halt dann bis bis zu 1, 1, 1, 1. Und gucke dann halt, okay, unter dieser Belegung, was wäre dann der Ausgang aus meinem Alpha? Der Ausgang aus meinem Alpha ist ein, ja, wenn das Variablen Eingänge 0 sind, dann kann bei dem AND auch nur eine 0 rauskommen. Ich würde mir Beta angucken. Es kommt eine 0 in den Eingang. Das heißt, ich habe am Ende eine 1, weil ich ja die Negation habe. Hinter dem Gamma das Gleiche auch, ist ja auch der Entwerter. Und dann gucke ich mir hier Delta an. Delta ist das UND und das kriegt den Wert von dem Beta und dem Gamma. Das heißt, ich brauche jetzt gar nicht mehr hier links irgendwas angucken. Alles davor ist jetzt irrelevant. Das Einzige, was für das Delta relevant ist, ist, was ist bei Beta und bei Gamma rausgekommen? So, Beta und Gamma haben den Wert 1. Das heißt, bei meinem AND wird am Ende auch eine 1 rauskommen. 1 und 1 ergibt 1. Das heißt, ich bin jetzt schon bei meinem großen oder, beziehungsweise am Ende ist dann ja auch das Ergebnis der Ausgang A. Hierfür muss ich mir verschiedene Sachen angucken. Und zwar, wenn eine der vier Leitungen hier den Wert 1 hat, dann wird auch mein Ausgang A 1 sein. Entweder muss X3 1 sein, ist es nicht. Oder Alpha muss 1 sein, ist es nicht. Oder X1 muss 1 sein, ist es auch nicht. Oder Delta muss 1 sein, ist es. Das heißt, aus dem Oder würde eine 1 rauskommen und damit in den Ausgang A würde auch eine 1 gehen. Auf die Art und Weise kann ich halt ganz strukturiert, ohne dass ich das alles im Kopf machen muss. Also, ne, wer, gibt bestimmt Leute, die sind richtig gut und können eine Schaltung, wenn sie nicht zu komplex ist, sehen und können das alles im Kopf machen. Und alle Schaltgatter auf einmal gucken, gucken einmal links und wissen dann für eine Variable Belegung, was dann das Ergebnis ist. Okay, mag sein, dass es solche Leute gibt, aber ansonsten macht es einfach Schritt für Schritt. Und das, was dann nämlich wichtig ist, ist, dass ihr dadurch dann eine Funktionstabelle habt. X3, X2, X1 ist 0, ist genau wie die Funktionstabelle, die wir eben hatten. Und dann ist eben wieder hier der Ausgang A, ist das andere, was ihr habt. Und was haben wir? Tada, wir haben für eine Schaltung eine Funktionstabelle für verschiedene Variablen Belegungen mit einem Ausgang. Daraus könnt ihr wieder ein KV-Diagramm machen. Das könnt ihr minimieren. Und dann sollt ihr in 8.4 aus der Minimierung nochmal die minimierte Schaltung bauen. Puh. Nachvollziehbar? Also, es hängt wirklich von der, also zu dem Thema, genau die Frage war jetzt hier gerade, ob es eine Konvention gäbe, was besser wäre, erst am Eingang zuerst mit anzufangen. Und dann auch zu benennen oder erst mal mit X3 oder ähnliches. Nein, also da gibt es jetzt keinen wirklich, das ist das Beste oder das funktioniert immer. Weil es natürlich davon abhängt, wie die Schaltungen auch miteinander verschaltet sind. Diese Schaltung ist noch vergleichsweise einfach. In der Hausaufgabe habt ihr auch noch relativ wenig Abhängigkeiten. Wenn es ganz fies wird, also das heißt fies, also komplizierter wird es dann halt, wenn ihr sowas habt wie, ich habe den Ausgang aus dem, ich mache das mal mit einer anderen Farbe besser. Was wäre denn, wenn der Ausgang aus dem Delta, wenn der hier reingehen würde? Und gleichzeitig der Ausgang aus dem Alpha hier reingehen würde? Und die anderen, die dafür reingehen, jeweils nicht. Dann fängt es halt an, dass ihr wirklich genau gucken müsst, was geht in welcher Reihenfolge? Über was könnt ihr in welcher Reihenfolge überhaupt eine Aussage treffen? Und bevor da jetzt irgendjemand das zu Hause durchrechnet, so wie ich es gerade gezeichnet habe, ich weiß jetzt nicht, ob man damit eine Lösung so findet oder ob man sehr viele Unbekannte dann drin hat. Also bitte damit dann nicht so ewig lange aufhalten. Ja, das kann helfen. Das kann tatsächlich helfen, wenn du erst die weniger komplizierten Ausdrücke machst. Du hast recht, im Endeffekt steckt hinter jedem hier ein Wahrheitswert-Ausdruck von X3 und X2 oder nicht X1 oder ähnlichen Sachen. Und je weiter zum Ausgang hin, desto komplexer ist dieser Ausdruck meistens. Und dass ein Ausdruck, je komplexer ist, dass es sinnvoller ist, wahrscheinlich ist, den erst später zu machen. Wahrscheinlich wird das in 90 Prozent der Fälle dann noch zutreffen. Und dann gibt es Einzelfälle, wo es mal nicht der Fall ist. Also es ist sicherlich erstmal eine gute Herangehensweise, um sich irgendwie eine Struktur zu verschaffen, wenn es nicht offensichtlich ist, in welcher Reihenfolge man vorgehen kann. Genau, also vom Gedanken her immer zu gucken, was ist, was so von links nach rechts, wenn es irgendwie geht, würde ich es immer erstmal anfangen. Genau, ich hätte stattdessen, das stimmt auch, ich hätte jetzt statt Alpha, hätte ich halt auch schreiben können, das ist X2 und X0. Das wäre auch eine korrekte Beschreibung natürlich gewesen in der Funktionstabelle. Führt aber dazu, dass meine Funktionstabelle immer größer und breiter wird. Wäre aber eine korrekte Beschreibung gewesen. Wenn ihr euch damit wohler fühlt, könnt ihr das auch tun. Funktioniert am Anfang auch noch gut, wird am Ende halt schwieriger, wenn du halt weiter die Schaltung langgegangen bist. Gut. Genau, also Schaltung, glaube ich, kriegt ihr damit dann auch hin. Dann fehlt uns, ich glaube, dann können wir Schaltung und alles mal relativ weit weglassen. Also wir haben uns ja mit variablen Belegungen beschäftigt eben in diesen Aufgaben. Eine andere Art und Weise, sich mit variablen Belegungen für ein konkretes Problem zu beschäftigen und das Ganze zu minimieren, ist der Punkt BDD und ROBDD. Also Binary Decision Diagramm, also binäres Entscheidungsdiagramm und Reduced Ordered, also reduziert und geordnetes binäres Entscheidungsdiagramm. Das ist das Thema, was ihr in 8.2 und in 8.3c drin habt. Deswegen sollten wir uns das auch noch mal kurz angucken und das dauert, wie gesagt, noch mal kurz ein paar Minuten. Und zwar ist das so, wir haben bei einem, wir können ein beispielsweise so derartig aufgebautes binäres Entscheidungsdiagramm haben. Was wir haben, ist, dass wir die variablen Belegungen als Knoten haben und die Ausgänge für bestimmte variablen Belegungen dann meine Blätter sind. Wenn ich jetzt einen binären Entscheidungsbaum habe, dann kann ich daraus eine Funktionstabelle theoretisch direkt ableiten oder direkt mir runterschreiben. Also weil das hier sagt mir ja nichts anderes auch, als ich gucke, ähnlich wie mit der Codierung. Wir hatten ja auch schon mit Codierung, hatten wir ja auch mal so einen Binärbaum, wo wir dann mit 0, 0, 1 durchgegangen sind. Und ich könnte jetzt, wenn ich hier eine Funktionstabelle hinschreiben würde und ich würde anfangen mit 0, 0, genau, ich habe jetzt nur hier die Variablen von 0 bis 2 für mein Beispiel. Und wenn das jetzt meine Funktionstabelle wäre mit der Wertebelegung, ich würde 0, 0, 0 haben, dann könnte ich gucken, x, 0, 0, x, 1, 0 und x, 2 ist auch 0. Okay, dann ist mein Ausgangswert 1, das kann ich dann hier aus dem ganz linken Blatt ablesen. Und so kann ich dann aus einem BDD halt auch direkt meinen Entscheidungsbaum ablesen. Quatsch, aus meinem BDD die Funktionstabelle ablesen. Jetzt müsst ihr mal gucken, in welchem Moment ihr da eventuell eine Funktionstabelle machen sollt oder nicht. Was wir haben in 8.2, so, bevor ich gleich irgendwas Wichtiges überspringe, lasst mich kurz gucken. Genau, in 8.2 soll nämlich zuerst der R-O-BDD gemacht werden, also die Minimierung eures BDDs. Die Idee ist, dass ich doppelte Knoten und Verbindungen streiche. Also wenn ich etwas habe und ich komme, ich komme in meiner Entscheidung zu meinem Blatt auf zwei unterschiedliche Arten genau gleich, also nach dem Motto, es ist egal, ob ich jetzt die Entscheidung über 0 oder 1 treffe, dann darf ich den ganzen Knoten quasi rauslöschen und das Blatt eine Ebene höher schieben. Das ist das, was ich an der Stelle machen darf. Hat das jemand verstanden? Sieht das vielleicht jemand in diesem BDD, an welcher Stelle ich das machen dürfte? Also wo ist es so, dass ich auf das gleiche Ergebnis in den Blättern komme? Und zwar egal, ob ich jetzt den Weg über Entscheidung 0 oder Entscheidung 1 gehe. Genau, bei x2 unten habe ich den Fall. Also ich habe ja hier, dass ich von x1 über 0 nach x2 gehe. So weit, so gut. Und von x2 ist es so, dass ich immer auf die 1 gehe, egal ob ich mit 0 oder ob ich mit 1 starte. Um von dem BDD auf RO-BDD zu kommen, soll ich aber ja, doppelte Knoten und Verbindungen und sowas streichen. Und das ist halt unnötig. Da würde ich an der Stelle den Teil rauslöschen dürfen. Heißt für mich, Gucken wir mal, ob ich das jetzt halbwegs geschickt hinkriege. Ja. 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 So, das heißt, dass der ganze Teil hier eigentlich dazwischen irrelevant ist. Ja. Also wenn ihr nach links hinguckt, dieses x2 und rechts da ohne, eigentlich brauche ich diesen Knoten x2 nicht, weil der Weg ist vorgegeben, ich komme so oder so zum Blatt 1. Dann darf ich eben diesen Knoten rauskürzen oder rausstreichen und würde auch dann die Verbindung einkürzen, sodass ich dann nur noch das Blatt 1 habe. Und zwar dann eben direkt hier oben. Dann müssen wir das hier unten einmal wegnehmen. Gut, dann machen wir es halt so. So, das gleiche habe ich natürlich auf der rechten Seite hier auch nochmal, wenn ihr das richtig, wenn ihr das direkt seht. Und ich gucke mal, ob ich das vielleicht einfach mal kopieren kann. Gut. Na gut, dann wie eben. Auch hier bin ich ja dann beim Blatt 1. Die Entscheidung oben. Ja. Du hast auf jeden Fall recht, dass es sehr einfach gleich sein wird, das Ergebnis. Das liegt daran, dass ich ein sehr vereinfachtes Beispiel gewählt habe. Wir würden aber erstmal an einer anderen Stelle, also ja, wir müssen irgendwie gucken, dass wir es zusammenfassen würden. Wir haben im Endeffekt zwei gleiche Teilbäume, in die wir gehen, die im Ergebnis am Ende das Gleiche bringen. Da hast du auf jeden Fall recht. Und deswegen können wir dann auch gucken, dass wir die zusammenfassen können. Äh. 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 Genau, sodass wir am Ende eigentlich nur, das ist wahrscheinlich einfacher, wenn ich nur den Teilbaum kopiere, dass wir in diesem Baum ja quasi von unserem x0, egal ob bei 0 oder 1 bei der Entscheidung, also immer auf das x1 gehen würde. Und dort dann die weitere Entscheidung ist. Heißt aber, dass die Entscheidung, wie du eben gesagt hast, wie du richtig gesagt hast, die Entscheidung mit dem x0 obsolet ist an der Stelle und für unseren Baum dann entsprechend dann auch nicht mehr relevant wäre, sodass dann am Ende rausgekürzt unser Baum, also wieder diese unnötige Entscheidung da auch rausgenommen oder diese doppelte Entscheidung rausgenommen, auf dem x1 am Ende landen würde. So, und wenn ich jetzt hier raus anfangen würde, also jetzt bin ich halt, ja, das ist tatsächlich bei einem sehr, sehr vereinfachten ROBDD. In der Hausaufgabe werdet ihr natürlich nicht so weit runtergebrochen das Ganze kriegen. Wenn ihr das Ganze habt, dann eben die Funktionstabelle. Wie gesagt, einfach einmal gucken. Ihr müsst da einmal schauen, um welche Variablen es geht. Also ihr habt eine Funktion x2, x1, x0. Ihr seht zwar aus dem ROBDD, dass ihr nachher dann weniger braucht in der Entscheidung, aber ihr müsst natürlich gucken, was macht ihr, was habt ihr mit Variablen, mit denen ihr gestartet habt. Und zwar... Genau, also in der Hausaufgabe werdet ihr auch, habt ihr es glaube ich etwas eindeutiger, da werdet ihr auch alle Variablen behalten am Ende. Nur halt deutlich weniger Knoten. Also die Idee bei dem ROBDD ist halt, dass man den Baum reduziert, dass man damit halt wirklich nur das Nötige hat an Wissen, was man braucht, um die Funktion dann auch zu erfüllen. Daraus dann eine Funktionstabelle bauen und... gleiche wie eben, KV-Diagramm. Minimierung, dann habt ihr eine minimierte Form. Ganz kurz, in 8.2 sollt ihr dann... ist dann noch die Frage, was ist die Riedmaller-Form von F? Ihr habt ja die Funktion F quasi in C angegeben und dann könnt ihr das in die Riedmaller-Form umformen. Ähnlich wie wir es letztes Mal gemacht haben mit Riedmaller-Form Umformungen, wobei da haben wir ja aus einer Formel, wo wir noch AND und OR drin hatten, hatten wir dann ja geguckt, dass wir das nur noch in Riedmaller-Form haben. Ähm, genau, das müsst ihr im Endeffekt dann relativ ähnlich machen. Das ist eigentlich auch schon alles für 8.2. In 8.3 wird jetzt gesagt, zeichnen Sie ein RO-BDD der Schaltung. Ähm... Und genau, der Hinweis, dass da die... Also ich bin jetzt gerade nochmal bei 8.3c-Aufgaben-Teil lautet, zeichnen Sie ein RO-BDD der Schaltung. Die Variablen haben dabei folgende Reihenfolge, X0, X1, X2, X3. Das ist eben der Hinweis, dass der Wurzelknoten, also der oberste Knoten, weil es ist ja auch eine Order, in der man das Ganze dann einträgt, der Wurzelknoten ist dann X0 und dann eben X1 die nächste Ebene, X2 die nächste Ebene, X3 die nächste Ebene. Das soll das mit der Reihenfolge heißen. Um jetzt aus der Schaltung ein RO-BDD zu zeichnen, also ihr habt den Schaltalgebraischen Ausdruck direkt davor berechnet, in der Aufgabenteil B, und um auf ein RO-BDD zu kommen, müsst ihr erstmal gucken, wie ihr euch den BDD aufbaut. Also außer jemand kriegt das sofort ad hoc hin, vielleicht eher unwahrscheinlich. Was heißt das jetzt? Ein BDD aufbauen. Meistens würde man dann anfangen, dass man sagt, ich baue mir einen vollständigen Entscheidungsbaum auf. Also was hat man gesagt? X0 soll die Wurzel sein von der Reihenfolge. Dann gibt es ja die jeweiligen Entscheidungen hier mit 0 und 1. Nächste Ebene hat dann hier das X1. Dann gibt es auf der folgenden Ebene das X2. So, das müsste ich dann natürlich hier auf der Entscheidungsseite genauso weiterführen und ich müsste das hier weiterführen auf der rechten Seite und so weiter und so weiter. Bis ich dann hier, das machen wir einmal sauber zu Ende, bis ich dann hier eben bei X3 bin. Ich male jetzt mal keine Kreise um die Variablen, weil dann seht ihr gerade wieder nichts. Hier rechts vom X2 würde natürlich auch eine ganze Menge an Entscheidungen noch abgehen. Und hier beim X3 am Ende die Entscheidung bei 0 und 1 auf jeweilige Blätter. Ja, also ich würde erstmal einen kompletten Entscheidungsbaum aufbauen mit allen Möglichkeiten. Also hier unten würden dann auch ganz viele Blätter sein, die ganzen anderen. Müssten dann ich glaube 16 Blätter wären wir dann bei 4 Variablen. Da dann eben basierend auf eurem schaltalgebraischen Ausdruck die Wahrheitswerte dann eintragen und dann würdet ihr mit dem anfangen, den wieder auf einen ROBDD einzukürzen. Das wäre dann eine Möglichkeit, wie ihr zu eurem ROBDD kommt in 8.3.c. Also erst den kompletten Entscheidungsbaum einmal aufbauen, einmal die Ergebnisse dann eintragen für die Blätter und dann auf einen ROBDD das Ganze dann runterbrechen. Gut, genau. Ja, auch wenn ein ROBDD gefordert ist, würde man an der Stelle eher mit dem BDD anfangen. Einfach weil du musst irgendwie ja zu deinem ROBDD kommen. Und ich glaube nicht an der Stelle, dass man mal so eben also wie gesagt, vielleicht gibt es jemanden, der das direkt ablesen kann, aber der einfache und sichere und vollständige Weg wäre halt dann, den einmal aufzuzeichnen und einzukürzen. Wenn ihr das auch kürzer hinkriegt, basierend auf dem, auf der beispielsweise disjunktiven Form, die ihr von vom Schaltalgebraischen Ausdruck habt, könnt ihr das versuchen, hat natürlich eben auch ein höheres Fehlerpotenzial. Grundsätzlich hast du recht, rein von der Aufgabenstellung ist nicht gefordert, dass man mit dem mit dem BDD anfängt. Aber es wäre wahrscheinlich eher der für euch einfache und sicherer Weg. Genau, so wir sind jetzt also diesmal so ein bisschen das Aufgabenblatt so ein bisschen quer gesprungen, weil die Aufgaben untereinander auch verzahnt sind oder sich halt sehr ähneln und wiederholen. Ich glaube, wir haben alles irgendwie abgedeckt. Ich hoffe, dass ihr damit dann auch zurechtkommt. Also gerade dieses Thema, gerade dieses Thema, man kriegt eine Aufgabe, man soll daraus eine Funktionstabelle erstellen und eine Minimierung mit KV-Diagrammen betreiben und dann DNF oder KNF oder beides ablesen und optional oder verpflichtend, also gegebenenfalls noch eine Schaltung draus bauen. Das ist eine relativ typische Aufgabenstellung. Falls wir sie jetzt nicht in mehreren Aufgabenblättern haben, ist auf jeden Fall etwas, was eigentlich immer irgendwie auch in Klausuren dann vorkommt, weil es halt eben auch tatsächlich eine gewisse Praxisrelevanz hat, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Genau, dann würde ich sagen, wünsche ich eine schöne Woche. Denkt dran, die, die jetzt dabei sind, die es mitkriegen oder die es noch rechtzeitig sich angucken, die Aufzeichnung, dass die S-Bahn ab heute Abend streikt, dass ihr nicht morgen irgendwo hängen bleibt. Informiert euch vorher, wie ihr dahin kommt, wo ihr hinkommen müsst, falls ihr irgendwo hinkommen müsst. Ansonsten eine schöne Woche und gegebenenfalls bis nächste Woche. bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.